So, nach einer langen Diablo Session will ich jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht bei Deadlight. Oh, fuck. Mit meinem Tod scheinbar. Na, hau ihn. Hau ihn um. Danke. Nix hier ausruhen, geht sofort weiter. Gut, dass hier noch so ein Hellspack liegt. Auf jeden Fall ist jetzt Diablo 1.07 raus und, ne, gibt's hier noch was zu tun. Das weiß ich auch übrigens, wie man hier die Tür eintritt. Ne, mit zweimal E drücken. Ja, wird nirgendwo gezeigt, aber kommt man ja auch so drauf, ne. Okay, wo geht's weiter? Die Treppe kann ich wohl nicht hoch, ne. Ne, gibt's auch nix. Zombie. Noch ein Zombie. Noch ein Zombie. Okay. Oh, fuck. Da haben wir ja Glück gehabt. Oh nein. Jetzt sieht's. Kommen wir hier durch? Komm, tritt da Ding in ein. Und weiter geht's. Ja, und Selbstgespräche sollte es auch nicht führen. Ja, seien wir da mal durch. Dieser dreckige Hubschauer. Wir waren ja wohl ein bisschen auf den Keks. Oh, ja, Glück gehabt. Das hört sich gut an. Ja, wie? jetzt soll er plötzlich rennen vorher durfte nicht der hubschrauber ist weg ja komm rüber so schöner park hier können wir uns auf die bank setzen eis essen noch die ganzen hofshäuser stehen auch noch alle schön my sweet media verwandelt sich in haufen blätter aha wie kommt er denn hier hin seltsam seltsam da hinten will ich hin ist ja schön noch ein bisschen schaukeln hier ist auch noch was noch mal ein diary was was the hell's the matter with you why didn't you shoot they almost killed me dude my daughter i'm sorry i i i saw her there was no one there only the shadows behind you let's go through here the rat knows that you won't get out of here again boy i'll punish you you'll learn to behave yourself i discovered where your friends are they were taking them to the stadium just a while ago to the stadium in the beginning it was the safest place in all of seattle even more so than the space needle a fortress of high cement walls protected by the military but today they've made it into one more horrific ring of hell and what about my wife and daughter what about them i looked and listen hard i couldn't find any trace if they have been captured by these men also your friends may know i need to go now i've lost too much time already be careful mr wade those men are dangerous ach so mach sachen nur weil die gerade mit einem helikopter auf mich geschossen haben ich weiß ja nicht wo komm ich denn jetzt da raus according to what the rat told me if i cross the parking lot i'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors okay ich hab aber gar nichts von gesagt gerade ne oder was hallo jetzt mal die töten dann oh das sind ja ganz schön viele ahaha ja komm ich mach mich auch noch platt oh f**k oh f**k noch mal ja weißt du bescheid ich hab nur noch einen lebensbalken dummdi dumm da sind noch welche interessieren mich nicht aha äh äh muss ich jetzt da oben da dinge abschließen oder was sagst du ich versuche mal ähh ah verdammt ah wie ah as ja gut aber wie komme ich denn jetzt da hoch doppel wall jump oder was ich kann auch noch was machen ach so ich kann das dinge hier vorziehen yeah ok rüber war gut ach da unten ist ein seil da kann ich mich dran hängen wahrscheinlich gott sei dank ja tut mir leid war ich nicht oh fuck oh scheiße so ne kacke es sind ja hier so viele zornen ist die käse unmöglich alle mit der ich brauche eine kettensäge na toll warum starten die mich denn hier unten ja komm du auch daran hüpfen hier noch mal gucken ob hier unten noch irgendwas ist boah da war ja geschickt ja da ist noch ein zombie sehr schön fall um ja grüße ich dass er noch mal aufstehen wird nicht gerne gesehen wie mache ich jetzt die zombies abgeladen wenn ich hier noch mal wieder hoch wer kann ich aber ich glaube ich kann da nicht weiter kann ich hüpfen jawohl perfekt kitor rein oh scheiße da kann man echt nicht dran vorbeifahren und fücher ich glaube die kommen ja nicht hoch oder ich kann da nicht hoch sehr gut ich habe wieder nur ein hp von drei ja er ist also hier städte tour ist hier und dann kann hier allerdings ich glaube nicht oder doch ich kann allerdings hier ist bestimmt jeden geheimnis wow wow das büro du kriegst jetzt so weit von du sollst den umhauen hau denn oben oder so geht also auch so wenn wir mal so immer treffen würde das hat ja super das ist ein lotto erst mal als lotto spielen was habe ich jetzt gefunden weiß ich nicht ob sich das gelohnt hat ach hier ist auch schon ein neuer idiot gebe ich mich gar nicht ab gott sei dank die beide alle runter wie die kloppen alles klar muss ich den wohnen berühren wo muss ich denn ein ist da unten der tür anlocken alle nein muss ich natürlich auch da kann man nicht durch instinktiv auch das kommt gelegen wir wollen warte mal kann ich da oben hoch ist die da wieder zurück jungen nein und nicht schade wer redet denn da ich verstehe kein wort da kann ich drüber ja das hat ja super geklappt jetzt moment ist das ja wichtig gehen muss oder das ist hier rechts noch ja kannst dich da mal vielleicht festhalten oder was ist los jung ich springe einfach ein bisschen früher ab ja und ja es ist in der motor ja ach da kann ich auf das dach sehr schön ich verstehe immer noch kein wort naja was soll's was mache ich denn jetzt hilfe nur rennen war scheiße wieso konnten wir jetzt darüber das sind nicht noch mal so schön den kopf treffen ja noch mal ok wie krieg ich den da oben jetzt klein kann ich ihn nur irgendwas machen kann ich hier hochklettern nein kann ich da ran sprechen nein kann ich aber was kann ich denn wie sieht das jemand aus fährt er dann auf den kopf nein wenn ich den selber treffe wieso ich treffe den gar nicht das ist ja scheiße oh warum trifft er denn ne was ist das da oben äh boah ist das hier ein bisschen das ist ein bisschen ne ist nicht so schön da komme ich gar nicht so hoch und fangen ähm gut wall jump also aber glück hat in den hintern und wir sind da unten jetzt passiert egal äh ja ah shit das war nicht beabsichtigt man sollte einfach nur gerade hoch springen gut komm ich da jetzt ran nein komm ich da jetzt ran hier ist dann nein haa ich komme aber so da dran jetzt schon wieder ein dicker zombie der einfach runterfällt ok komm an, leave him alone we'll take care of him soon enough he's just a poor old man that jackass says the real military will save him who does he think we are well poor old man hit me this isn't the end of this you hear me ähhhh muss ich das verstehen pornos oh ne Diary hotdog zens warum ist der zensiert da verstehe ich nicht wo porno vatox mein Freund er ist alive was zur Hölle es gibt keine Zeit wir haben bereits die Überraschung auf den Helikopter und wir müssen noch immer wieder zu stoppen bevor wir zur Basis zurück los wir werden jetzt sehen wir wer hat das letzte Lappo Mann ok da hält ja wohl stundenlang stundenlang ja hauptsache du hältst da noch einen Monolog wert der da in Gefahr ist das ist das wichtigste äh äh kann ich da urteilen nein ja jetzt muss ich erst noch wieder so einen ganzen Parkour hier ablaufen wo ich da hinkommen nie was gefährlich ist nix oh ich habe eine Schrotflinte ja es kann nichts mehr schief gehen oder alles oh fuck ok wollen wir die mal benutzen ah äh nachladen andere Waffe oh ok Schokoriegel ach ne doch nicht schade äh ja ich nehme einfach mal ach ich habe nur zwei Schussfühler Dinge ja komm ich ich versuche mal hier gerade einfach so vorbeizukommen das sieht auch gut aus nix an Munition verbraucht alles super so so wie zum thema keine Munition verbraucht einen schuss habe ich nur noch ok oh nein äh 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 wieder wieder kopf getroffen ich hätte der dinge hier vor schieben als komis bringt man ja auch macht doch bestimmt kein spaß so zu leben aber jetzt schiebe ich das ding davor weiß man ja vorher nicht okay wie komme ich jetzt da oben hin ich kann kann ich hier aufhüpfen jawohl da ist eine leine oder ein rohr oder auch immer dann so brauche ich gut okay sonst noch einmal weiterlaufen doch da war glück gehabt erst hilfe brauche ich nicht ich bin so gut da brauche ich nicht wasser verkündigen klettern kloppen idioten es ist mich da ich helfe die nutzen moment der der food supply ist der ich komme ja schon Schenk ihn bald an. Schenk ihn bald an. Er hat jemanden, der nicht in line fallen. Wie bei meiner Familie? Sie haben sie gesehen? Ich habe nicht gesehen. Sie haben mich aufgerissen, wenn ich nicht alleine gehen würde. Sie haben Stellar woanders. Eine Art von der Familie. Wenn sie deine Familie haben, ist es wo sie sein. Wie bei der Safe Point? Das ist alles ein Lied, Randy. Es gibt keine Safe Point. Sie haben es nur für die Leute ab und sie zu holen. Dann müssen wir hier rausgehen. Wir müssen sie finden. Los geht's, buddy. Ich habe keine Kraft. Sie haben ein ziemlich tiefes Kuss. Und Sie haben viel Blut verloren. Schau, Randy. Ein Weihnachtsmuskirchen. Sie werden nicht in dieser Lage sein. Wir müssen die Blutung. Sie müssen uns hier warten. Ich muss mich suchen. Heute ist mein Glück. Was bist du? Selbst jemand wie ich, würde Gott auf einen Tag wie heute glauben. Hehehehe. Ben, ich bin hinter dir. Sit dich, Ben. Ich werde dir ein paar Hilfe bekommen. Ich werde so schnell wie ich kann. Wo wir jetzt wohl hin müssen. Die Farbe hat sich geändert, oder? Sieht schön aus. Okay, ich mache erstmal eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hoffe ich. Also bis zum nächsten Video. Tschüss.